Ja, da ist jemand, der Tressler 1973. Hell yeah! Zu Costa Rica Narca Road. Weiter geht's! Oh, ich sehe da auch ein schönes Auto. Ein Monster Truck! Ein Monster Truck! Moment, wo muss man... Arturo schmuggelt fracht in der Region und Sie sind Teil seines Sicherheitsteams. Sein Informant, Senor Sonrisat kennt die Einsatzdetails. Irgendwas ist seltsam. Und jetzt in der Runde. Das ist der Stil. Und die Stil. Oh, das waren die Verbündeten, auch jetzt. Wir fahren heute auf den Scheren. Oh, sorry. Also Auto fahren ist nicht mein Ding. Bek. Bek. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schauen Sie sich mal genauer an, was Sie gesagt haben. Wenn ich meine Nase da reinstecke, schneiden die Sie ab. Richtig. Aber da ist noch der andere, der durchgekommen ist. Verfolgen Sie ihn. Führen Sie den Funk ab und nehmen Sie heraus, was Antoine schützen will. Das war dein Geist, echt? Du hast das Video doch gesehen. Ein Geist. Der Download hat angehalten. Und einen Scherner als Aschenbecher. Pass auf, so verpasst die Bi-Kilometer habe ich schon. Sie sind ziemlich schmerzhaft. Also. Download ist abgebrochen. Auf ihre Beine, um das Klo freizukriegen. Alvaro. Dafür stirbt jemand, der dir nahe steht. Evo ist tot. Weisst du? Ah. Die Kölbe in mir entdeckt. Ai, ai, ai. Also muss ich schneller gehen. Bevor das die Kölbe kommen. Hm. Hm. Aber diese Zauberboden sind vermutlich kein Soja. Schauen Sie sich mal genauer an, was Sie geladen haben. Wenn ich meine Nase da reinstecke, schneiden die sie ab. Richtig. Aber da ist noch der andere, der in der durchgekommen ist. Verfolgen Sie ihn. Führen Sie den Funk ab und finden Sie heraus, was Antoine schützen will. Der Downloads hat angehalten. Idiot. Geist ergibt es nicht. Du hast das Video doch gesehen. Was soll ein Geist beim Fußballspielen? Der Al würde doch durch ihn durchrollen. Und? Was fährst du denn diesmal, so? Ja, super. Das ist schwierig hier. Den muss ich auch nicht hören. Ich muss irgendwie einen anderen Weg suchen. Vielleicht mit dem Motorrad oder so. Oh. Hm, hm. Aber diese Zauberboden sind vermutlich kein Soja. Schauen Sie sich mal genauer an, was Sie geladen haben. Wenn ich meine Nase da reinstecke, schneiden wir sie ab. Richtig. Aber da ist noch der andere, der durchgekommen ist. Verfolgen Sie ihn. Führen Sie den Funk ab und finden Sie heraus, was Antoine schützen will. Das war ein Geist, echt. Idiot. Geister gibt es nicht. Du hast das Video doch gesehen. Ein Geist, das ist zu... Der Stream will einfach nicht. Ich will gar nicht wissen, was er damit vorhat. Ich will gar nicht wissen, was er damit vorhat. Manche nehmen mir diese ganze Santa Muertes Sache viel zu ernst. Wir haben einen Schrein im Haus. Und einen Schädel als Aschenbecher. Der Download hat angehalten. Weg da. Weg da. Oh. Ja, ja. Die Scheisskern sind immer im Weg. Ich muss auch die Töpfe nehmen. Das ist sehr besser. Ei, ei, ei. Das ist schwierig. Führen Sie den Funk ab und finden Sie heraus, was Arturo schützen will. Es war ein Geist, echt? Idiot! Geistet! Der Stream will einfach nicht. Du hast das Video doch gesehen! Ein Geist, das ist so sicher wie das andere Santa Barbara. Was soll ein Geist bei einem Fußball spielen? Der Ball würde doch durch. Download ist abgebrochen. Und dasselbe wie du? Ich weiß nicht, was wir transportieren. Sprengstoff-Formel. Der Download hat angehalten. Manche nehmen diese ganze Santa Barbara für viel zu erben. Wir haben einen Schweigenhaus. Und einen Schädel als Aschenbecher. Hab ich schon. Sind ziemlich schmerzhaft. Der Stream will einfach nicht. Der Stream will einfach nicht. Ich nehme auch eines Ihrer Wappen. Alvaro. Dafür stirbt jemand, der dir nahe steht. Evo ist tot. Evo? Dein Papagei? Sieh! Sieh! Ich bin gestern aufgewacht und a la Germause tot in seinem Käfig. Merde! Download ist abgebrochen. Ach, Mann! Mann! Das sind eben diese Missionen, die ich hasse. Wir haben zuerst ein. Aufmerksamkeit. Jetzt kann ich das nochmal. Und dann gehen Sie runter an und ziehen sich weiter. Schauen Sie sich mal genauer an, was Sie geladen haben. Wenn ich meine Nase da reinstecke, schneiden die sie ab. Richtig. Aber dann ist noch der andere Land, der durchgekommen ist. Verfolgen Sie ihn. Führen Sie den Funk ab und finden Sie heraus, was Antono schützen will. Es war ein Geist, echt? Idiot. Geisterdienstempflicht. Du hast das Video doch gesehen. Ein Geist, das ist zu sicher für das andere Santa Muerte. Der Stream will einfach nicht. Der Teil würde doch durch ihn durchrollen. Und? Was fährst du denn diesmal schon? Hä? Dasselbe wie du? Ich weiß nicht, was ich transportiere. Sprengstoffombre. Für die sind völlig irre Nudelsohn Arturo. Ich will gar nicht wissen, was er damit vorhat. Manche nehmen diese ganze Santa Muerte-Sache viel zu ernst. Wir haben einen Schreibenhaus. Und einen Schädel als Aschenbecher. Pass auf, sonst verpasst ihr die Pickel am Hinter. Hab ich schon. Sie sind ziemlich schmerzhaft. Also, ich sag doch, sie sieht alles. Die Pickel sind für die Entweihung geschädet. Ich nehme auch eines ihrer Beine, um das Klo freizukriegen. Alvaro, dafür stirbt jemand, der dir nahe steht. Evo ist tot. Evo? Dein Papagei? Sie. Ich bin gestern aufgewacht und da lag er Mausetot in seinem Käfig. Ja, dann. Vielleicht sollten wir Santa Muerte ernst annehmen. Sie. Ich hoffe, dass das Ende der Welt bevorsteht. Hab ich auch gehört. Wenn das Öl ausgeht, wenn das Essen ausgeht und das Wasser ausgeht. Dann werden wir alle zu Knochenlande beten. Wenn das Ende der Welt kommt, dann werde ich nicht zu Hause sein. Du besuchst deine Mutter, oder? Nein. Ich gehe in Jadachis und da werde ich leben. Und die Einzigen, die das lief, sind nur die Bingoin. Ich futter die Bingoin. Sprengstoff, wie gedacht. Ja. Ich bin gestern. Aber ich denke, sie haben etwas mit Arturo-Apokalentischen Erheizung zu tun. Wir müssen wachsam sein. Wo meinst du denn, kommen die Weihnachtsbäume her, Idiot-Apokalenten? Jawoll! Juhu! Was? Die kann man da hören hier. Juhu! 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 Aber wir machen auch schnell eine Schnellreise. So, was müssen wir hier machen? Ach gut, wir können eigentlich die Schnellreise hierher machen, ja komm, dann machen wir das, he? Läuft, läuft! Gut, vorher hier, aber wir müssen gut aufpassen, dass ihr nicht entdeckt werdet. Mit Gefühlen, Leute, mit Gefühlen! Darf ich euch das Gespräch mitzuhören? Boah! 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 Bums Handlanger Friday. Der macht alles außer in den Arscher fischen. Er wird in der Bar sein. Bum, bum, bum. Äh, Moment. Hier, her. So, gebt mal Ruhe. Oh, Achtung, meine Kollegen kommen. Ja, die machen das, he. Der kann nicht verschwinden. Aber in die Richtung. Ich muss in die Richtung. Du hast noch einen Wunsch? Ah, hier. Hier schnappen. Oh, ich gehe auf dem Zeug. So, mit dem. So, jetzt. Ist das Schanze? Moment. Ja. Was? Also, Moment. Oh, die hat mir auf die Zunge gezogen, du Arsch. Ah, geil. Nochmal. So. Ich kann nicht reden. Der tötet mich. Lass mich. Ich verlassen die Gänge. Das ist nur eine Phase. Ich werde lehrer oder zu. Ich schwöre. So, Moment. Ah, basket nicht. Klar, noch eh nicht. Jetzt. Woohoo! Woohoo! Okay, okay. Wie riesig. Es gibt fünf Bomben. Im Raterhaus. Der Bank. Eine Unterversteck. Eine Kirche. Und eine Schule. Überall ziehen viele Zuliezen. Sie werden nach dem Team. Aber sie werden streng bewahrt. Arturo hat Santa Muerte-Anfänger aus. Der hat sich alle Geld dafür angefreuert. Pff. Diese Schweinehinde sind echte Psychopathen. Gut gemacht. Wir wissen jetzt, wo sie sind. Er in Schaequnahmen sind die Bombe oder der Hautflut an unseren Hemden. Ja. Okay. Ja, der Schof, ja, in dem Moment. Was ist das? Die sind weiter weg. Die sind weiter weg. Die sind weiter weg. Die sind weiter weg. Der Scheiss. Ich muss den Heli nehmen. Was er rein hat. Gott. Ist doch Mist. Ich bin ein wenig seich. Aber egal. Ich mache es nur zum Spass. Das wäre ein reibungsloses Let's Play. Ich möchte schauen. Ihr müsst den anderen anschauen. Aber ich mache es rein aus Spass. Ähm. Ähm. Ah, der ist hier oben. Ja. Eddie will, dass Sie eine von seinen Drogenlieferungen beschützen. Eine gute Gelegenheit um die Handelsrouten des Kartells zu dokumentieren. Nein. Nein. Jetzt haben wir doch. Nein. Ja, wir gehen mal hier hin. Und dann ist es mal fertig für die Folge. Und dann ist es so gut. Und dann ist es so gut. Oh Leute. Gehen wir noch zum Einsatzort. Und dann können wir das mal. Oh. Wieder 2,1. Das ist etwas, Thor. 日 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Good Wow! 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 Alle Unitäten, beginnt der Atacke! Alle Atacke, Atacke! Ähm, Platzfahrt, Sie kommen hier. Das ist der Autos. Äh, dann fressen Sie eine Granate, oder? Wie du willst! Wie du watsch! So, Fahrzeuge haben wir hier neu mit... Was, kein Fahrzeug? Ah, mal hier. Oh, ja, wir nehmen den anderen. Achtung, zog! So! Also, nehmen wir auch hier. Nein! Wenn haben wir das hier... ...zittert auf. So! So! Achtung! Steak! So! Machen wir das noch gut, dieser. Oh! Nein, nein! Ich habe, ich habe, ich habe! Los! Ich habe! Hopp! Das ist jetzt brutal hier! ... Jetzt zu spät, Zeit ist um. Verschwinden Sie da oder Sie werden sterben. Nein, 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 nein... ... Надо, ich sage das ... Oder? Oder? Granada! Ja. Ich wollte sowieso aufhören, Leute. Wir machen das in der nächsten Folge. Jawoll. So, Leute. Halt dich. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Ich freue mich auf jeden Fall wieder. Halt dich. Ich bewege euer Wrestling1973. Hell yeah und ciao!